du bist meine stellen ja ich bin echt mit beiden dinge ein bisschen habe ich das gefühl ja spielt genau spielt das ding wieder mit privaten er werde das verraten keine ahnung äh warte mal nicht nur was schönes da das geräusch da gerade zu jetzt wirklich aussetzen Warum eigentlich immer ich, ey? Da sind doch drei andere Leute oder zwei andere Leute drauf. Nein, nein, wer war ich? Ich glaube, mit der Runde werden wir nie fertig. Ja, ich habe schon die neue Folge gestartet. Also quasi sind wir hier schon in einer neuen Folge. Ich muss mir das gucken, sonst muss ich das zusammen schneiden. Ich glaube, ich bin das ganze Thema so rum. Wie war das mit Privat-Duell? Ja, ich habe das Gefühl. Und dann muss ich die Scheiße noch anfangen zu ziehen. Gib mir mal so Karten, das ist gut. Das waren jetzt einige Plus-Zweier dabei. Genau, gib dem Kevin mal Karten, der hatte lange keine. Ja, ich hatte hier, ich hatte 27 Karten zwischendurch. Also was wollt ihr eigentlich von mir? Hey, nicht so eine Kacke, weißt du? Gut, dass der Bot nicht noch irgend sowas hat. So, fangen wir mal an. Baby, du hast nicht so viele Karten. Hier, nimm mal ein paar. Wow, mal andere Farben. Ja, kenne ich. Ich habe auch nur zwei Farben wieder drauf. Da ist doch Platz auf dem Stapel. Naja, pass auf, da krieg ich wieder die ganze Scheiße ab. Komm, wir spielen mal von... Und dann ist halt's gelb. Ich hab's gemacht. 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 Ja, nee, ist klar, Alter. Du hast bestimmt irgendwie rot, aber. Natürlich hast du rot dabei. Die sind, bei mir klappt das nie mit den Scheiß-Karten, mit den Anfängen. Hier, nimm den Scheiß, Alter. Hahaha. Äh, ja. Natürlich, warum auch nicht? Du wolltest du unbedingt grün haben. Ja, ich hab genug grün hier. Da, auf jeden Fall, das wollen wir mal ein bisschen weiterspielen, der Spielsinn. Okay. Ja. Ja, gut, ja, ja, okay. Aber wenigstens etwas zu gut. Äh... Hau mal das. Neu denn hier. Ist das neu? Neu ist das, ja. Gut, dann das dann. Mal so. Hä, ich mach grün. Kein blauer. Warum denn immer blau? Hier nix mehr mal grün. Na, da kann ich auch teilen. Ich glaub, Bibi mag mich nicht mehr. Äh, der war kein von uns. Jetzt kommt's raus. Ich kann nicht legen. Hau ab, bleib weg damit. Warte, warum krieg ich immer so 20 Karten? Jetzt. Mein Gott. Und dann nur mal so Dinge, die ich nicht gebrauchen kann, weißt du? Du hast aber auch dein Glück da oben. Ja. Plus 2. Äh, wir spielen natürlich schon weiter. Gut, dass ich noch eine hatte. Komm jetzt, Markus, bitte jetzt hör auf. Nein, hör auf, Bot. Ey, ich hab ja Bock mehr. Ja, 10 Karten, warum nicht? Ey, das ist doch scheiße so. Ja, fickt euch doch, Alter. Das kann doch nicht sein, dass ich die Scheiße wieder abkriege, ey. Äh, du Mann, oh. Ich hatte das Spiel. Ich weiß, ich habe das Spiel. Spiel das Spiel weiter. Ich war so schön unten auf irgendwie 6 Karten. Und dann gibt es immer 10 mit. Gut, dass ich noch nichts zu neu gemacht habe. So, ähm, hier. Ich hoffe auch, ich geht Sonntag das Hotel aus, ey. Äh, es ist ja schon Sonntag, aber gut. Ah, egal. Äh, so, immer cool. Und so viel zum Thema 2 Runden pro Folge. Das ging über die Runde der Unternehmung, ich habe wie gesagt. Rot. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf den Karten, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Geht das mal. Plus 4, plus 10. Bei meinem glückliche Scheiß ist es wieder zurück, pass mal auf. Markus, du warst noch... Freyder. Baby, ich habe bestimmt noch 20 Karten von den Gas. Du hättest noch mal ein bisschen rund geschält. Aus dem Ärmel gezogen, aber... Ja, ja, die hat irgendwie immer die passende Antwort auf alles. Was ist denn das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hab das jetzt? ja ja natürlich im zweifel immer noch drauf schieße 20 mal ich war eine mitspieler den plus 4 rein immer dem gleichen ja mit den scheiß ja warum nicht kann ich mir das ganze ding noch mal in die andere richtung hey hey gut dass ich es gedreht habe sonst jetzt wieder abgekriegt ja 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 natürlich also es ist neun keine fix warum ist es richtig ja 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 spielt das vor allem er liegt noch mal und wünschte ich noch mal ja also den sinn verstehe ich jetzt gerade nicht und vielleicht hat er keine rote und dann ist es dem egal da bist du so schön wieder unten da haben wir ja noch ein paar karten für sieben und wenn sie nicht gestorben sind spielten sie noch heute vor allem ist das so die normale runde es gibt noch spezial fälle mit sieben und null mit weitergeben und so was ha ha vergiss es aber ich weiß auf das geht es gleich alle gott sei dank ich dachte es geht es einmal rum so gefällt mir zu ich gehe mir nicht auf nüsse alter das kann doch nicht wahr sein hey immer dann nicht so richtung babys punkte geht ich bin die die und der bot sie spielt der bot mit immer wenn ich in die richtung kommen mit den karten und dann haben wir eine plus vier für dich jetzt geht es weiter hier hat er das geht hier nicht mit rechten karten zu dass ich glaube ich habe die solche karten weil es von alles muss sich ab hier schön zusammenspielen so rot gefällt mir nicht so ich will über blau haben ja das hier 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 kannst du aber bot spielen das weiß ich hast recht wenn einer irgendwie mobbt am tisch ich habe mich doch im arsch hat das kann man sagen so gewinnt so eine runde vor allen dingen gibt es nichts passendes jawohl aber ich kann nicht ziehen das ist im kurzen ich muss ja sorry ich muss spielen ich habe nichts anderes hast du nicht du hast doch noch von der genug plus zwei kannst du dich mal verlegen hat das für mich hast du die dinge aber der für markus den verschone ich den mag ich wenigstens das kann doch nicht sein ich krieg die scheiße das haben wir hier kommen es ist gut der mal der bot ich bin mal wieder in eine andere richtung ach sehr nett dass du mich mitspielen lässt naja hono hono oh alter äh blau das war jetzt klar das soll doch was hinterher kommen baby fühlt sich wieder mit ihrem zweiten account getriggert mit der siehst du jetzt geht es weiter das ist unfair markus wir spielen gleich teamspiel wir beide geben baby und bot lieber lieber ne Tibet som dun n wir werden ja nie fertig sagt ja das wird wahrscheinlich eh wieder gleich wenn das wieder in der neue folge werden das ist nicht wahr die schieben sich die karten zu die schiebe zu das papier egal wie rum du spielst weißt ja da könnte beide aussetzen so komm mal kurz ich bin weiter fick dich doch das kann doch nicht wahr sein ernsthaft sache die schieben sich so die karten so wie sie es gerade brauchen schön unter dem tisch hier mann 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 das geht definitiv nicht mit rechten dingen dazu ich muss das brauchen sagt ja So, dann ist es das mal. Wie sie es wollen. Da könnt ihr beide mal ziehen. Ach, Mann. Jetzt hat sie eine! Jetzt hat sie eine! Ich schwöre, jetzt hat sie eine, wie sie es haben will. Ich habe mich gerade ziehen müssen. Ja, nee, ist klar, Alter. Du hast die ganze Zeit schon gehabt. Und du hast nur gewartet, bis du mir einen reindrücken kannst. Ich sage dir, die spielt zusammen hier. Ich bin dafür, dass wir die Tischhautung gleich ändern. Ich sitze nicht mehr in dem Baby. Das ist, glaub mal. Die mobbt. So, was haben wir denn hier schönes? Du fechst es an. Und es klappt nicht. Ich seh, ich seh schon kommen morgen früh. Ich müsste jetzt langsam mal auf Arbeit. Wir müssten mal aufhören mit Uno. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Wir sind immer noch in der zweiten, für den zweiten Spiel. Weißt du, die erste ging so schön schnell. Aber jetzt kriegst du sie gerade einen am anderen weg. Gut, dass ich es morgen an Fahrschule habe. So, haben wir den noch schönes. Ja, nee, ist klar. Das passt nicht. Ich schieb sie die Karten so zusammen, wie sie es brauchen. Wie gesagt, der Typ hat da keine Karten mehr passend gehabt, oder was? Ich hatte auch eine blaue Schatte. Ich hatte auch eine blaue Schatte. Ich hatte auch noch ein Spiel, ey. Alter. Weißt du, 14 XP gewinnst du für so ein Spiel. Wie die Runde. Ich hatte so schöne Karten. Ich hätte das Ding nur noch gewinnen können, fast. Warte mal, ich mach kurz eine neue Folge. Das war die Schulung hier.